Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft einfach. Heute geht es um die fünf besten Tipps zum Energiesparen im eigenen Haushalt. Beginnen wir auch schon mit dem ersten Tipp, Heizung modernisieren. Egal ob es eine alte Umweltspumpe ist oder der alte Ofen, moderne Anlagen verbrauchen im Regelfall für die gleiche Wärmeleistung deutlich weniger Energie und sind deswegen die bessere Investition in die zukünftigen Kosten. Dort schließt sich der zweite Tipp auch schon direkt an, die Dämmung. Die Wärmedämmung zu optimieren ist einer der wichtigsten Schritte, um unnötigen Energieverlust zu vermeiden. Das beginnt bei den Wänden, geht über das Dach, aber ist vor allem ein wichtiger Punkt bei Fenstern und Türen. Gerade eine Doppelverglasung bei Fenstern vermeidet unnötigen Energieverlust, insbesondere im Winter. Der dritte Tipp lautet, alte Elektrik- und Elektronikgeräte auszutauschen durch neue zu ersetzen. Das zählt vor allem bei dem Kühlschrank und bei der Waschmaschine, bei denen für die gleiche Leistung neue Geräte deutlich deutlich weniger Energie verbrauchen als alte Varianten. Das könnt ihr sehr gut über die Kennzeichnung auf den Geräten vergleichen. Ein A++ und ein A++ sind die besten Varianten, verbrauchen viel weniger Energie als die alten Varianten. Vierter Tipp, vor allem für die Unterhaltungsgeräte, die ihr im Haushalt habt. Also der Fernseher, die Playstation, der Computer. Diese Geräte immer richtig ausschalten und nicht nur in den Standby geben, weil der Standby-Modus trotzdem jede Menge Energie verbraucht und das auf das gesamte Jahr hochgerechnet schon mal bis zu 20% der Stromrechnung ausmachen kann. Also immer richtig ausschalten. Und zum Abschluss der fünfte Tipp zum Energiesparen im eigenen Haushalt. Ehrlich gesagt geht es nicht ganz so sehr um Energiesparen, sondern darum, die Energie, die man verbraucht, aus den richtigen Quellen zu nehmen. Also holt euch einen Vertrag mit einem Ökostromversorger. Die Kilowattstunde mag zwar im Einzelnen aktuell im Vergleich zum Atomstromversorger etwas teurer sein, aber in der Zukunft werden durch CO2-Kosten, die da aufgeschlagen werden, die klassischen Energiequellen noch teurer werden, als sie eigentlich sowieso schon sind, weil reelle Kosten jetzt endlich auf den Strompreis umgelegt werden. Also holt euch einen Ökostromversorger-Tarif aus den richtigen Quellen von vertrauenswürdigen Versorgern und ihr werdet in Zukunft den Strom, den ihr in Zukunft sogar noch weniger verbraucht, zumindest aus der richtigen Quelle holen. Das war Energiewirtschaft einfach gemacht für heute. Es ging um die fünf besten Tipps zum Energiesparen im eigenen Haushalt. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Bis zum nächsten Mal.